Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Nemesis Draft. Ich bin der Ram und in dieser Runde spiele ich als Gangplank und mit mir dabei sind der Flo als Zion und der Can als Zack. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier mache auf jeden Fall, das ist Fakt, aber ich gehe jetzt hier irgendwo hin und was nehme ich denn? John, was will ich mit dem hoch? Die Queue? Was bist du denn? Na Gangplank! Ja, die Queue. Was will ich zuerst mit Zion? Äh... Schockwelle oder wo ist der komische Heap? Na, dieser Heap der Stunt, wo du so ausholst. Ja? Okay, wo soll ich denn jetzt hingehen? Habt ihr euch jetzt geeinigt? Ja, du musst auf jeden Fall einen ADC machen, sonst wird nichts. Okay. Ich kann da unten nicht formeln, denke ich. Na, ich auch nicht unbedingt. Na komm mal, Willmitte, ist die doof? Hä? Ne, ich könnte auch zusammen beide Dings, aber du kannst auch Zion Supporter spielen. Ne, ich wollte gerade sagen, ihr lasst mich nicht alleine auf der Bot lenken. Ja, dann gehe ich runter, wenn die alte nicht will. Kannst du nochmal zurückporten und dein Zeug zurückverkaufen? Ich? Ne. Achso, ich wollte gerade sagen. Ja. Dann kannst du dir das Support-Item holen, wo du vom Last Hitten, wenn Ram farmt, auch... Ne, jetzt geht sie doch, Alter. Bleib da, bleib da. Jetzt ist sie doch auf der Bot. Ist die Binde? Ja, macht mich total irre ohne Scheiße. Ja, aber ist die Karma, ist nicht meine Schuld. Geh! Na, die Karma hat vorher gefragt und ich hab Sub geschrieben. Achso, ich will hier bei den Steinen anfangen. Kommst du her? Weiß gar nicht, was... Weiß gar nicht, wie die Attacken von dem funktionieren. Ja, wenn du so eine komische Attacke machst, da kommt irgendwie... Irgendwas fliegt dann rund und das kannst du einsammeln und dann kriegst du Leben wieder. Das ist deine passive, ne? Nein, nein, die passive ist, dass du stirbst. Also, dass du dich dann wieder zusammenflicken kannst da. Du teilst dich doch dann in vier Teile, wenn du stirbst. Ich bin nicht Level 2 geworden, fuck. Habt ihr EP bekommen? Hast du EP bekommen? Ja. Scheiße. Bin ich zu spät weg. Das ist schlecht. Tut mir leid. Ah, ich muss hier jetzt auch erstmal... Gucken. Gegen As-Rail ist es ziemlich... Misty-Kacki. Ah, mal sehen. Der erste... Ah! Da war gegen Kauf mein Konto. Ah! Ich schaff's aber trotzdem irgendwie. Alter, war das knapp. Ich mache den degrad. Ah! Das war's vielleicht gar nicht. Du kannst... Und 2nd auch noch. Die Mama hat immer gesagt ich werde zu groß wie mein Alter. Was sagt der Typ so geil? So auf Crit geht man mit dem volle Granate, ne? Ja. Lol der empfiehlt mir Glanz. Hol ich mir das wirklich? Glanz ist es dieses Item wo du mehr und Hit machst hier, wie heißt das? Ach das brauche ich für Stärke der Dreieinigkeit, ne alles klar. Alles klar. Ja. Und ne Buddel voll rum. Ja das sagt er was. Der ist mein Kumpel, ich mag Gangplank. Kann man die Ulti eigentlich über die ganze Karte abfeuern? Ja, ja. Kannst du. Okay. Ja ha ha ha. Ja ha ha ha. Ja ha ha ha. Top des Besuchs. Ich bin halt noch Level 2, ne durch den scheiß Start. Was. Ist egal, der hat den Ignite amt gefangen und lebt noch. Boah, machen die einen Schaden. Alter. 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 Und wie gefällt er dir bis jetzt so? Wer? Ja. Ja. Na Sion. Cool. Soll ich ehrlich sagen? Detailspiel. Schwul. Schwul ist aber nicht gut. Mann wir haben hier unten ganz schöne Probleme im Moment. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, da ist irgendwie Detail. Gehe. Die Lulu die spielt gut. Boah, die trifft mich jedes Mal. Boah, die trifft mich jedes Mal. Schade. Ich dachte, das wär's gewesen. Ich hätte so gedacht. Wenn ich Level 6 wäre, wäre ich sofort hochgegangen. Ich war noch nähe. Aber ich weiß gar nicht mit dem. Seine Ulti geht's richtig. Ja, die schießt einfach los und ist kaum lenkbar. Musst schon den richtigen Winkel finden. Ja. Also du kannst lenken, aber ganz wenig. Ach so geht das, Alter. War ganz knapp, Alter. Okay, da nutzt der Flose. Ich hör's. Ja. Kannst du auch nutzen, um schneller wieder auf deine Lane zu kommen. Zum Beispiel, ne? Das Ding ist, äh, wenn du mit diesem Slow den du machst, ne? Dann machst du 50% mehr Schaden. Nein. Ich hab den Nächster. Doppeltöter. Mhm. với Der Rammus ist da. Der ist hier. Samus ist hinter dir. Hilf mir. Ja, ich hab die Syrah umgeholt. Shit, zu spät. Tut mir leid. Das ist nicht stimmt, aber... Ich hab eben Asura umgeholt. Wenn ihr meine Ulti braucht, sagt's mir bitte, ja? Weil ich kann nicht immer auf eure Länge gucken. Ich hab da jetzt alles gesagt. Überhaupt nicht dran gedacht, dass... Nee, ich wollt's nur sagen, ne? In Zukunft. Wenn ihr so braucht, einfach sagen. Ich hab mehr Formen als die Syrah, die soll sich schämen. Ich hab den meisten Farm von allen. Mehr als der gegenwürdigische ADC. Du hast einen 4.0, ja. Joa. Das müssen wir erst mal machen. So, bis nicht leicht. Oh, oh. Ja, das Geile ist, die Lulu, die spielt zwar total aggro und macht viel Schaden und so, aber die hält überhaupt nichts aus. Gar nichts. So. Hm, hm. Hm. Boah, ich mach aber üblen Schaden. Auch der Dingens, der hat so viel jetzt von mir gefressen. Ey, der Nunu hat immer sehr viel Glück. So, meine Ulti ist wieder ready. Dann sogar brauche ich zuvor, hier hat in der Mitte keine Schuss gegen mich. Ich pushe einfach immer so hart hier. Oh, jetzt hab ich da ihre Pflanze in der Kante rumgeschmissen. Oh! Blinkt noch einer! Oh, gar nicht. Mist. Konnte ich nicht pingen. Vorsicht, Doppelmiss. Flo? Jo. Ich finde du öbelst der Holzfäller, ey, der Teigkreiser Scheiß hier. Hehe. Vorsicht, bei dir. Hab auch keine Ulti. Genauer, alles gemacht aber. Komm jetzt zu dir, Flo. Ich hab null Mana, gar. Er ist noch hier. Ja, ich kann von oben kommen, so. Ich kann den übelsten Weg abschneiden. Oh, schade. Ich glaube, der Ramos könnte zu euch kommen jetzt. Soll er. Was will er machen? Ich hab ein 6-0. Nee, der ist schon wieder bei mir, oder? Der Pema. Ne, oder? Ach, scheiße. naja damit der agro von tor ist mir gut ist mir gut vor allem habe ich es nicht gemerkt das ist doch nicht gut es brauchte die ulti für ein mana er ich habe fünf sekunden und ich probiere die zufahrt zu erwischen ich will nicht ob es klappt die ganze zeit zu euch und spiel gar nicht mehr weiter so interessant ist dann locker halten ich habe keine ahnung ist gedrückt auf jeden fall richtig geil aus waaah der übelste holzverlor er waaah fuck ah man ey oooohh waren sie zu viert jetzt zu dritt ja jetzt ja geburtet schon wieder so kein leben mehr kann man langsam auch mal ab und zu bei euch vorbei oder am oder dort ist dieser scheiß dinge schon wieder da er was ne kümmere dich darum woran muss ist der musste aufhalten wir brauchen nicht unbedingt hilfe das war nur weil der auch da war da habe ich jetzt nicht mit gerechnet dass der hier im gebüsch sitzt ich habe nämlich nicht von hinten kommen sehen reise ich brauche noch 15 gold kannst du kurz ein bisserl halten ja ich bin auf dem weg scheiße ich habe die ersten zehn sekunden ich könnte wieder voll die alte anzunehmen was nicht zugehört hat geflasht gottes zu helfen das ist nicht sehr verkehrt ich habe mir das dacke stich geholt und die lulu kill ich fast nur damit also ohne dass ich richtigen der mensch auf sie mache und ich überlege ob ich meine ulti nicht mehr die pflanze macht mich ich gehe wieder schade dass ich immer zuerst den supporter kriege und nicht den adc ja kommt achso ah drake was willst du machen oder machen die machen wir kommt mal will ich machen ja warte schafft ihr doch so ne weil ich will nicht dass uns der adc ja drake ist gemacht nein schon wieder naja jetzt ist er jetzt ist er da na komm her komm her aber ich schaff den mit meinem life nicht er ist kein problem ich tank dir den nice danke kein p oh nein rammlos wieder da uhr 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 ist es zu leid dass ich jetzt so lachen muss so er und das war dich geiler jetzt ja nur die waren wieder zu dritt bei uns ja da der rammlos da rennt ihr die ganze zeit ja deswegen nur dann brauchen wir ein bisschen ruhe sonst ist egal Aber ich will nicht, dass der Rammus hier nachher das Spiel regelt. Rammus kann das gar nicht. Oh Leute, der verregt einen Versaillen, steht zu lachen. Was hat er denn jetzt, der Rammus? Naja 4-0, damit können wir leben. Mitraus tut. Ich gebe mir mal deinen Red holen, ja? Oh, jetzt haben sie sich aber verarscht, ey. Da steht er in mich. Oh, ich habe auch keine Ulti. Ich auch nicht. Nein! Don't feed my bot lane, please! Ja. Ja. LOL! Ja. Ja. Hier ist Miss. Nee, da ist sie wieder. Kompott! Wie ein Mann! Jaa wo sind sie denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eine Szene für Epic Moments! Oh mein Gott meine Haft! Ah! Mist! Da ist noch ein Rambus! Die wollten mich grad mitte ganken! Ja warte mal Flo! Das ist wieder... Nein! Komm du willst'n der! Jawoll! Nice! Bin ich an den ADC drangekommen! Na ja! Zyra! Hat's schon wieder erlebt! Ja! Oh! Schneller! Oh hoffentlich kommt's weg! Ah die kommt weg! Die hat solchen Movement Scheiß da hier! Aber ich geh da jetzt auch entgegen! Also der Sreal wenn kommt ist das totes! Und der Sreal ist auch nicht wirklich gut! Aber die Lulu! Die ist nicht schlecht! Ah das sind alles Bobs! Was mal auf wie wir die jetzt auseinander nehmen! Ja ja! Ja ja! Ja! Ich seh das schon! Jetzt holen wir uns die Lulu noch! Jawoll! Jetzt hab ich die Ulti nicht weggegeben! Aber gleich! Gleich hab ich die 3 Sekunden noch! Ich hab keine Ulti! Leider! Na! Oh! Da ist auch noch n'n! Rammus! Renn nach oben Flo! Genau! Ich komm auch! Ich komm auch! Hier! Ich geb dir gleich Tempo! Jetzt! Huuu! Yeah! Oh! Ich hab Blut rauscht! Nein! 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 Und ich rette dir so schön den Arsch! Sorry! Was war denn das? Beziehungsweise wo war das? Die Dürer war das! Die kam mir entgegen! Komm Flo! Hol sie dir! Die retten voll rein! Ja ja! Aha! Die kam aber nicht durch! Ah! Jetzt hat sie noch geflasht ey! Ich dreh durch! Mensch! Geh noch mal gucken ob Brad Buff da ist! Nein man! Lass die Syrer holen! Guck mal wie crazy dumm die ist! Jetzt kommen wir von hinten! Hier ist gar nicht was los! Von hinten kostet aber hundelsteuer! So jetzt gehst du da lang und ich komm hier lang! Und sie ist weg! Oh Gott! Geht mit! Da ist auf den Sack hier! Da ist sie! Ah! Ich hab noch mehr gefunden! Oh! Ich hab... Ich hab kein Mana mehr! Ich könnte oben schlafen! Oh! Ich hab's weg irgendwie! Puff hier kommt! Leute da geht voll rein! Yeah! Haha! Das war geil! Oh! Ich muss weg hier! Ey! Der macht mich alle! Achso! Oh! Es hat aber mich noch verspottet! Oh nein! Ich bin weggekommen! Easy! Sagt er! Oh! 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 Ich hab ne Headshot verpasst! Oh! Oh! Ich hab alle wie ne Bitche, Alter! Haha! Gott! Ich bin Half-Life! So läuft da jetzt hier so gut gemacht! Wolf of Theon Cup! Komm 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 komm! Wieso? Ich mach doch schon! Ah ah! Boah! Diese Ulti ey! Was soll das denn jetzt noch? Das finde ich aber nicht fair. Ich vergesse mal so ein bisschen, dass der Gangplank voll in den Nahkampf reingehen muss. Der Jungle ist komplett leer, Alter. Entschuldigung. Oh, lol. Ich habe so einen bitteren Farm gerade. Ich wusste nicht, was ich machen soll, Mensch. Außer der obere ist doch noch komplett frei. Ich habe ja nur den unteren genommen. Ah, so angeschlagen, wie ich war. Oh, Mitte? Ja. Gehst du Mitte kurz? Ja, ich bin doch schon da. Komm mal. Kommst du mal zu spät? Na, ich glaube eher. Komm, ich gebe dir wieder Angriffsterroge. Doch, nee, passt. Alles so geplant. Alles so geplant. Ja, ja. Deswegen sage ich ja easy, wie ich wieder weg bin. Natürlich. Lass mal Mitte gehen. Nicht zum Hammus. Dass wir machen, was er will. Ich verstehe auch mit den Dings nicht hier. Oh, lass back. Ja, ich gebe mal wieder Speed. Na gut, geben wir einfach einen. Jetzt aber back. Ja, ja, ich habe nur den Stun von mir abgreifen. Ich halte bisschen mehr aus, als du. Ey, guck mal, top. Die prügeln sich immer noch. Bei denen stehen beide Tower. Immer noch. Ich gebe mal Hilfe. Kann ich mir ja nicht mit angucken da oben. Go, Mitte. Ja. Das ist halt aufpassen. Mega low. Ich bin auch unterwegs. Rammus ist nämlich top. Wenn Ramm da ist, mach ich mit. Ja, ich komme. Ich bin sofort da. So, ich bin quasi ready. So geht's. Ich bin einfach zu heavy. Ich bin einfach zu heavy, Jungs. Was macht ihr? Jo, läuft. Aber, oh, Versicht. Nein, shit. Aber ich komme nicht mehr hin. Na, wir können nicht retten. Ja, ja. Ja, das passt. Nice, nice. Oh Mann, da habe ich aber auch alles draufgehauen, was ich den Köln gegeben habe. Aber unsere Combo war geil, ey. Dass du da reingegangen bist und dann meine hinterher. Die kamen nicht weg. Das war absolut mies. Oh. Warum geben denn alle auf? Ey, ich hätte das unbüßig, ey. Ich habe ein 8-2. Ich habe die Jams das erste Mal gespielt. Ich wollte die Pläne verdienen. Ja, ich auch. Gangplank first time. Hehe. Ja, und wenn es euch auch gefallen haben sollte, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ramm. Euer Ramm.